Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Giles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2, meine Agents. Heute mit einem Sondervideo und zwar habe ich das auf Twitter gelesen und zwar hat er der Division 2 getwittert, also ich kann euch das empfehlen, wer Twitter hat, nur durch das auch hinein, dass es jetzt eine Aktion gibt und zwar vom 26. Juli bis 13. August. Hier bekommt man ein Special Care Package und ich habe mich gerade eingeloggt und sehe eben Retrieve Your Expedition Care Package. Man bekommt drei Equipment, die Flash Backpack Trophy und drei von den Boxen. Ich habe mich jetzt auch, wie man sieht, gerade eingeloggt, bekomme die Information, aber wir schauen uns das jetzt intern natürlich, also im Spiel an. So, wie man sieht, ich kriege auch die Information, dass die Vision Team hat einen Eint. Also, warum ist denn das weg? Ich habe eben was gut geschrieben und man sieht es auch im Chat. Ich habe Blitz erhalten, Care Package erhalten, Care Package erhalten und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier drinnen liegt, aber es sieht so aus, das kommt anscheinend direkt hinein. Jo, hier haben wir es. Hier ist die Rucksack Trophäe, das heißt, die kommt gleich mal hinein. Schauen wir uns die mal an, was die kann. Die Rucksack Trophäe, das ist die hier. Oh, die leuchtet. Ich glaube, das ist das Teil, was wir irgendwo mal halt looten können. Also, das ist doch schon mal okay. Also, das ist dieses Teil. Ja, sieht doch einigermaßen vernünftig aus. Mal hinzoomen. Määäää, fetten Hintern, der Charles. So, kriege ich das hin? Ja, da ist es auch ein wenig scharf gestellt, das passt. Also, so sieht das Ding jetzt aus. Okay, es leuchtet auch. Das ist mir okay. Das lassen wir mal angelegt. Dann haben wir Care Package erhalten. Das schätze ich mal, dass es gleich hier drinnen ist und zwar auch unter Bekleidung in den Behältern. Ähm, die sehe ich jetzt nicht. Was sind? Drei Care Pakete. Achso! Ne, ne, ne. Das muss ja dann hier drinnen sein. Moment. Hier? Ne, auch nicht. Auch nur eins. Okay, wo sind meine Care Pakete hin? Keine Ahnung. Aber ich schaue jetzt mal ins Postfach. Ich schätze, vielleicht liegen die dort. Kleine Preise. Ja, ja, kleine Preise. Postfach. Lieferung. Ne, Lieferung nicht. Das ist BVB. Gewährt. Hier sind sie. Eins, zwei, drei. Hier sind die Pakete. Also, hier sind die Teile. Die nehmen wir ins Inventar. Schauen wir mal, wo sich der geändert hat. Achso, die liegt da hier hinein. Care Paket. Dann gucken wir mal hier hinein, was da drinnen ist. Okay, Behälter Schlüssel. Einer. Ah, okay. Also, hier ist der Schlüssel drinnen. Und hier hat man eine Maske. Mal gucken, ob die irgendwas können. Aber so, wie ich das Spiel kenne, glaube ich, wird das nicht wirklich was Besonderes sein. Mich würde es mir wundern, wenn es so wäre. Gucken wir mal zurück ins Inventar. Das war die Maske. Das war die hier. Denke, glaube ich. Ne. Okay. Ne, Rucksack war es keiner. Dann waren es noch die Handschuhe. Auf jeden Fall, hier war was. Naja. Also, rausreißen tut mich das mal jetzt nicht. Die waren auch. Ne. Also, okay. Okay. Okay, vielleicht habt ihr da mehr Glück. Ja, also. Egal. Ja, also, wir haben es gratis bekommen. Und es waren eben die Maske. Genau, Knieschoner und Handschuhe. Ja, okay. Die habe ich geguckt. Und eben im Paket und der Bekleidung, welche haben wir hier bekommen. Normale. Trophäe. Ja, okay. Also, drei Bekleidungspelder Schlüssel. Also, wer es will, einlocken auf jeden Fall. Dass es mir gefällt, das gebe ich mir ehrlich zu. Das ist nur diese Rucksack-Trophäe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die leuchtet. Leuchtet die, wenn man rumrennt? Ja, ja, die leuchtet. Okay, man sieht es ein bisschen schlecht. Aber die leuchtet auf jeden Fall. Man kann leider nicht wegsummen. Aber die leuchtet. Ja, definitiv. Man sieht es. Ja, 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 die leuchtet. Naja, okay. Also, haben wir eine Rucksack-Taschenlampe eigentlich. eigentlich bekommen. Jo, also die leuchtet. Ja, man sieht es ganz. Ja, ja, man sieht es jetzt da. Man sieht, die leuchtet. Ja, man muss es halt mal ausprobieren, wenn es irgendwo dunkel ist. Aber ich glaube, ich bin jetzt online, glaube ich, wenn es Tag ist. Sonst bin ich immer online, wenn es dunkel ist. Aber jetzt habe ich sicher Pech. Jetzt ist es sicher Tag hell, oder? Ne, es ist dunkel. Ja, cool. Nice. Ich loge mich immer an, wenn es irgendwie dunkel ist. Aber, na ja. Ja, jetzt mega leuchten tut sie nicht, naja. Aber sie leuchtet. Okay, wir haben eine Leuchten. Ja, wir haben was Leuchten am Rucksack. Jo, Kommentare, Like, Abo gerne gesehen. Schreibt zu mir nein, ob ihr euch einloggt oder nicht. Wie gesagt, es ist eine Kleinigkeit. Und es ist gratis. Also einloggen, vielleicht ein bisschen zocken. Und holt euch auf jeden Fall diese Rucksack-Trophäe. Diesmal okay. Jo, und somit Kommentare, Like, Abo gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.